Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Abus Magomedov, sein Kampf findet auch am Samstag statt. Kurz zur Information, aber DAZN hat es leider nicht geschafft, aus produktionstechnischen Gründen diesen Kampf live zu streamen. Sozusagen die Prelims der UFC hat halt einfach nicht geklappt. Trotzdem haben sie das mit den Fans kommuniziert. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr korrekt, nochmal da Bescheid zu geben. Wir werden den Kampf von Abus natürlich trotzdem mitverfolgen. Wenn ihr meinen Kanal auf dem Laufenden haltet, ihr könnt das Ganze ansonsten über den UFC Fight Pass schauen, Freunde. Ansonsten, Agit Caballel, sein Face-Off mit Frank Sanchez war brutal. Agit sieht in Bombenshape aus, sieht fokussiert aus, sieht motiviert aus. Frank Sanchez hat auch Präsenz gezeigt mit seinen beiden Gürteln. Sieht auch mächtig aus. Natürlich nicht so mächtig wie Aslanbek-Machmodov einen Kampf vorher. Aber Agit ist es gewohnt, größere Gegner zu bezwingen. Und ich denke, mit Frank Sanchez wird er genau das Gleiche tun. Agit hat meiner Meinung nach ein super Team an seiner Seite. Er wird sicher einen guten Gameplan haben und genau das natürlich auch an den Start bringen, um bei der Riad-Season, bei Fury vs. Uziq, bei dem größten Event der letzten 25 Jahre zu glänzen. Das wird er sich nicht nehmen lassen und da bin ich von überzeugt. Ansonsten haben wir Alexander Uziq auf der Waage gehabt, Freunde, mit rund 233 Pfund, was in Kilogramm 105 Kilogramm macht. Und das ist, glaube ich, das Karriereschwerste, was Alexander Uziq eingewogen hat. 221 Pfund war er gegen AJ und Daniel Dubois, also rund 5 Kilogramm leichter. Hier gegen Uziq hat er nochmal, hier gegen Fury hat er nochmal ordentlich was zugelegt. Und Fury kam ein bisschen leichter rein mit 260 Pfund, was auf jeden Fall auch sehr interessant ist. Wie gesagt, viele sagen, Fury ist halt enorm in shape. Und ich bin auch der Meinung, Freunde, dass Fury fokussiert ist wie sonst was. Bei dem letzten Face-Off bei der Pressekonferenz hat Fury Uziq gar keinen Blick gewürdigt. Und bei dem finalen Face-Off bei den Way-Ins hat Fury Uziq attackiert, ist mit dem Kopf an ihn rangegangen, sodass Uziq sauer wurde. Fury hat ihn dann tatsächlich aggressiv weggeschubst und hat hier seine Präsenz gezeigt. Wollte ihm zeigen, ey, das sind keine Mindgames mehr, du solltest mich nicht unterschätzen. Das wird ein realer Fight und darüber solltest du dir Gedanken machen. Fury ist fokussiert, Fury hat Bock, Fury lächelt in die Kamera und er mag diese Show. Er mag nochmal in Uziqs Kopf reinzukommen, ein Tag vor dem Fight. Er mag es natürlich, seine Gegner nochmal richtig unter Druck zu setzen, ihm seine Power spülen zu lassen mit diesem Schubser bei den finalen Face-Offs. Und ich denke, das wird ein geiler, geiler Kampf, Freunde. Ich tatsächlich tendiere auch zu Tyson Fury, dass da Uziq sogar stoppen wird oder ihn über die Runden tatsächlich auch ausboxen kann. Dann schreibt mir eure Meinung, eure Prognose zum Fight in die Kommentare. Ich bin super Hype. Natürlich, das Ganze könnt ihr bei DAZN morgen schauen. Pay-Per-View 25 Euro. Ich bin Hype. Wir sehen uns morgen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei No Time MMA.